Was ist denn jetzt die Bratanaut? Zeige ich dir gleich. Jo Bro, was geht? Ja, Mann, bei dir. Wo ist der nix, Digga? Jo, was geht? Alles klar, Mann? Jo, was geht, Alter? Alles klar, Mann, Alter? Ja, Mann, bei dir? Was geht, Mann? Alter, Junge, was geht, Mann? Moment mal ganz kurz. Seid ihr beiden nicht die von Schicker Schlitten? Ja, Mann, wir waren letztens sogar in Malzahn. Wo wart ihr denn? Seiten auf Null machen, Digga. Was gedacht, wie können wir euch helfen? Ja, Digga, könnt ihr diese Dinger blattunen. Bis jetzt kann man nicht fahren mit diesen Dingern. Bisschen Felgen, bisschen Motor. Ja, Mann. Das kriegen wir, glaube ich, hin, Digga. Fahrt die Dinger mal rein? Ja, Mann, Digga. Fahr mal rein. Digga, meinst du, das war wirklich ne gute Idee mit denen? Ich mein... Die sind doch komplett bekippt, oder? Safe. Mach dir mal keinen Kopf. So, you wanna be a player. But your wheels ain't fly. Hey, Digga. Was hab ich denn gesagt, Digga, Mann? Hey, Tag. Hey, Jungs! Pass rüber! Ich hab diches rüber. Nie verstehe... Ich hab dich fest. Vielen Dank.